Auf Gottlob, heb den nicht so verzweifelt an deinem Bäse. Wer's schaffen will, muss fröhlich sein. Wer hat er denn das wieder verzählt? Das hat einmal ein Dichter gesagt. Was für ein Dichter? Da, so ein berühmter, ein ganz großer Dichter. Ach so, ein langer Hagerer. Wie hat denn der geheißen? Du kennst ihn auch noch von der Schule her. Ich bin mit keinem Dichter in die Schule gegangen. Ii, 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 liegt mir auf der Zunge. Und dann spuck ihn halt aus. Ich komm jetzt auch nicht drauf. Menschens, ich kann gucken mal danach, wie's da wieder aussieht. Wie nach einem Gaulsmerkt. Tja, was die Leute alles auf die Straße schmeißen. Leere Zigaretten-Schächtele, leere Streichholz-Schächtele, leere Bierflasche, ein Büstehalter. Auch leer. Da weiß man gar nicht, wo man zuerst anfangen soll. Am besten überhaupt nicht. Mit mir kannst du heutz sowieso nicht viel anfangen. I bin nämlich gesundheitlich gar nicht auf dem Deckel. Warum? Wo fehlt's? Im Kopf. Na, das wär nix Neues. Und im Hals, auf der Brust, im Magen, auf den Bronchen. Und i selber fühl mich auch nicht ganz wohl. Mein Fuß tut mir wieder so weh. I bin doch heute Morgen wieder schier gar nicht in den Stiefel reinkommen. Ja, welcher ist es denn? Ha, der da, mein Rechter. Möcht bloß wissen, was des isch? Ha, des ist eine Alterserscheinung. Sauterns Geschwätz, Alterserscheinung. Mein Henker ist genauso alt und in dem spiel ich gar nix. Ja, wie macht sich das bemerkbar? Ha, wenn ich sitze, ist gut. Aber sobald ich aufstehe und ein bisschen kräftig nahe tapp... Au, ha, 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 du kannst ja nicht auf meine Hinraugenluft tappen, Menschenskind. Glaubst du, ich hätte meine Viehs gestohlen? Na, ist ein Schösterbar. Andere rausgesucht. Ja, also, wie sollen wir es jetzt machen? Ja, wir können es so machen und wir können es auch so machen. Das weiß ich selber, dass wir so oder so machen können. Gibt ja gar keine andere Möglichkeit. Ach doch, wir können es auch anders machen. Ja, aber machen wir es anders, dann sagt unser Personalschef, der Amtmann, Bläderle, warum habt ihr es nicht so gemacht? Und mache ich es so, dann sagt er, das hättet ihr auch anders machen können. Der Bläderle ist ein bisschen ein Säckl. Oh, du, also, sei vorsichtig. Das ist doch Beamtenbeleidigung. Aber im Bläderle nicht. Der stammt doch aus Pforzen. Ist der eigentlich verheiratet? Ja, mit seiner Frau. Aber es stimmt nicht mit den zwei. Die haben doch dauernd Krach miteinander. Krach? Ja, sie wirft ihm immer das Tränke vor. Und er wirft ihrs Essen nach. Und mit seiner Jungen, mit seiner Tochter hat er doch auch Pech gehabt. Die muss jetzt heiraten. Und da hat er wunderbar erklärt, was er für einen reichen Schwiegersohn in die Familie kriegt. Dem hätt sie doch dauernd verzählt, der sei von Beruf Plattenleger. Na und? Ja, und jetzt hat sich scheinbar rausgestellt, dass der bloß Assistenzarzt ist. So, so. Aus Pforzheim ist der Bläderle. Ja, aus der früheren badischen Landeshauptstadt. Aus der... Was wird's doch gar im Pap raus? Pforzheim war noch nie die Hauptstadt von Baden. So, wer war's denn? Aber, ha, jetzt raten mal. Das ist ein dreisilbiges Wort. Dreisilbig? Ja. Dann war's mal ein Heim. Nein, Mensch, das hat er bloß zwei Silben. Ah, stimmt. Drei Silben und zwei bekannte Wörter. Ne? Das erste ist ein männlicher Vorname. Und das zweite braucht jeder Mensch, wenn er abends ins Bett geht. Also nochmal. Das erste, ein männlicher Vorname. Und das zweite braucht jeder Mensch, wenn er abends ins Bett geht. Ach, Friedrichshafen, meinst du? Lass mich's übrigens nicht vergessen heute Abend. Wenn wir an einem Samengeschäft vorbeikommen, dass ich eine Sägele Blumenerde kaufe. Meine Frau hat mir's extra auftragen. Blumenerde braucht man doch nicht kaufen. Ja, soll ich sie vielleicht stehlen. Nein, da wärst du zu dumm dazu. Nein, aber zu ehrlich. Das ist das Gleiche. Also, wie soll ich noch zur Blumenerde kommen? Selber machen. Ich glaub, du spinnst. Noch ein ganz einfacher, uralter Rezept. So, da bin ich aber gespannt. Ja, also, da nimmst du einen alten Hafen. Wo soll ich denn den alten Hafen herbringen? Ja, deine Frau. Was? Deine Frau wird doch einen alten Hafen irgendwo rumfahren haben. Wir haben bloß neue Häfen daheim. Höchstens, dass das Häfele von unseren Kindern auf der Biene drauf rumfährt. Aber wie sieht denn das aus, wenn ich mit dem Häfele von unseren Kindern in das Samengeschäft reinkomme? Na, du bist doch ein Prachtspachl. Was? Daheim, hab ich gesagt. Daheim kannst du dir deine Blumenerde selber mischen. Und zwar nach einem ganz bestimmten Verhältnis. Das muss haargenau stimmen, natürlich. Ja. Du nimmst also ein Viertel Humus, ein Viertel Kompost. Moment, 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 halt, müssen wir aufschreiben. In den Zettel so. Also, ein Viertel Humus. Ein Viertel Kompost. Ein Viertel Kompott. Kompost-O-Sempel. Kompost-O-Sempel. Äh, Kompost. Ein Viertel Torfmull. Ein Viertel Torfmull. Ein Viertel Kunstdinger. Ein Viertel Kunstdinger. Und ein Viertel Knochenmehl. Und ein Viertel Knochenmehl. Moment, Moment, ja wie, ja wie, das kann doch nicht stimmen. Ja, dann erzähl mir nichts. So mische ich meine Blumenerde schon seit 20 Jahren. Das stimmt aber trotzdem nicht. Warum denn nicht? Aber jetzt passt doch einmal auf, guck mal. Ein Viertel Humus, ein Viertel Kompott, ein Viertel Torfmull, ein Viertel Kunstdinger und ein Viertel Knochenmehl. Das wären ja fünf Viertel. Ha, was ist noch? Na, nimmst halt den größeren Hafen.